Ich habe gerade auch auf Leaf gedrückt und dachte, ne, wenn du es so machst, musst du nur warten. Also, du drückst oben auf die Auspackung, dann drückst du auf das Perk, auf das Erste, dann öffnet sich ja unten die Perkseite. Dafür, das Perk wird umrattet weiß und dann drückst du da, wir dürfen, Leo, dann dürfen wir aber auch Items mitnehmen, okay? Ja, das wäre so fies. Das will ich nicht haben, das ist doch doof. Geil. Ich nehme mal keinen Map Offering. Nicht? Na, wobei, wenn wir, keine Ahnung, wenn wir auf The Game oder so kommen und Leo nochmal die Huntress spielt, hat er halt Pech. Was, wenn wir? Naja, der Huntress ist eigentlich überall gut. Was macht das da? Also, ich muss jetzt noch einmal, ich will jetzt noch einmal spielen. Okay. Dann mache ich Chris, gönne ich dem Chris die Nurse. Dass du die Nurse spielst? Ja. Okay, also alle ohne Perks und, aber mit Item. Ja, und Items kannst du auch Addouts drauf klatschen. Naja, klar. Offering, Leo, hast du ne Map, die du willst? So, fällt dir einer ein? Mir ist das egal. Irgendwas, wo man werfen kann. Die von gerade fand ich gut. Was war denn das? Welche war denn das, Dave? Ich hab schon, hat's da raus. Du hast schon. Perfekt. Alles klar, dann guckt euch meine Lunchbox an. Ähm. Äh, ich weiß nicht was gut ist. Aber jetzt kann ich mich ja gar nicht selber heilen, ne? Geh ich trotzdem für die Toxic Flashlight? Ja, geht. Geh, geht. Wollen wir alle für die, komm wir gehen alle für die Toxic Flashlight. Wir dürfen uns nicht selber heilen, wir nehmen alle nur Taschenlampe. Fuck you all. Ne, wir müssen uns gegenseitig heilen. Ja, mein ich ja. Ja, mein ich ja. Ah, das sieht gut aus. Oh Gott. Enten wir, Leo hat jetzt so komplettes Perks drin. Alles. Einfach ihn zu der Killer auf allem. Okay. Hast du, hast du immer noch das One Shot Tomahawk? Nein, nein, nein. Er hat einfach einen Mori. Er hat einen Mori. Ja, Mori hatte ich gerade auch schon in die Idee. Echt? Ja. Was war Mori? Das ist, wenn du einmal hängst und dann nochmal gedowned wirst, kann er dich beim... Muss er dich nicht mehr aufhören, sondern dann kann ich instantieren. Dann kann ich direkt selber. Aaaah. Tartka auch schon dabei. Aber ich komm da eh nicht zu. Wie benutzt du keine Perks? Warum hättest du mich noch einmal gedowned? Hättest du es geschafft. How do I use this Flashlight? Rechtsklick. Rechtsklick. Maus 2. Und du musst rechts. Und du musst ihn ins Gesicht blenden. Ist so. Muss mir richtig in die Fresse. Okay. Ah. Ah, die Zahl neben den Beinen gefällt mir schon besser. Ist das jetzt ne 5 ne? Ne, ist das ne 7. Mist. War aber duk gelaufen lagerst. Skrrön. Den mal ablenken Uwe. Ok. Ich will gar nicht wissen ob er jetzt wieder Instakill hatte oder nicht. Ja, wenn er ne 7 hat neben den Beinen... Nee, er geht nicht. Ja dann. Da lasse ich lieber von dir austopsten. Leo hat gerade wieder seine Hex an geschmissen deswegen hat n tit er sich nicht beschwert. Der hat jetzt unendlich Beile. Der rennt jetzt mit so einem... Aber auch Zauberfeuer, also kann die... Genau, du rennst mit so einem... Nee, du rennst mit so einem Chachanka-LMG rum. Also groß genug wäre die Hand. Uwe hat uns eins gefangen. Oh wow. Wow, das ist ja... Wie lang ist denn das? Er sprennt ja aus. Nein! Da liegt er schon. Ey, das hat gerade funktioniert. Ich geh, Dave. Kann ich nicht aufheben? Ja, das ist manchmal verbuggt. Ich hab... Gerade zu zweimal mich einfach hinter einem dicken Bauch versteckt. Ja, das ist okay. Ich hab noch nicht den Blick da... Leo haut erstmal seinen Haken an. Ja, normal. Wo bist du, Wix? Hier ist schon wieder einer an. Hier ist schon wieder einer an. Oh, der hinten wird verstecken gespielt. Ihr könnt doch einfach straight zu dir hinlaufen und überfreien. Als ob ich das mitpiefe. Nicht sagen, dass ihr dran sollt. Oh, Chris. Oh, Chris. Oh, scheiße. Ich hab den Generator verkackt. Ah, wie unabsichtlich. Vielleicht. Vielleicht doch. Also, ich will eigentlich nicht campen. Ich will eigentlich nicht campen. Ja, wenn du jetzt nicht zwei Meter von ihm wegstehst, dann ist es ja nicht gut. Campen. Ah, Mr. Tomahawks. Aber, aber du... Wir können es ja sowieso Zeit lassen, weil der hat hier Mori. Das heißt, Lukas wird nicht noch hängen. Ah, stimmt. Meinst du, da denke ich dran? Äh. Oh, der Tuck. Der Tuck. Nein, der hab ich gefressen. Oh, lol. Ah, Mist. Alter, was ist denn los? Love. Ich hab verges... Äh, der hat halt... Der hat halt legit ziemlich schnell sein zweites Ding rausgeholt, alter. Ja, klar. Der hat sich gestückt, aber das war super. Ja, aber es gibt... Es gibt auch noch Eltern, dass du die schneller hintereinander werfen kannst. Ja. Das hab ich vielleicht auch. Okay, Lukas, geh du zum Generator. Ja, das Problem ist, ich glaube, Lukas wurde grad gefunden. Wenn Lukas jetzt nicht dodge, kriegt er ziemlich übers Maul. Oh, er wurde einfach... Er wurde richtig ungenutzt. Richtig weggeflippt, alter. Also, ich muss das gedrückt halten, das ist ja auch so klar. Hi, Ufer. Oh, lol. Ich hab's live on cam. Ich hab's live on cam. Schämen Sie sich um. Ich bin laufen. Ich hab's nie gesehen. Ich hab's nie gesehen. Ich seh... Ich seh nur... Ich seh nur Graf. Voll unfair. Was ging mit ihr ab, alter? Die hatte dreimal auf den eingehakt. Ja, der hatte richtig vorkommen. Der Chris? Jo. Heilenfest ist gut. Ich meine, ich kann's halt nicht fragen, wie du bist. Ist so, ne? Ja, als ob ich die Map kenne, ey. Weißt du, wo ich bin? Okay, das ist Killerhäuschen. Okay, das ist Killerhäuschen, weil sie jetzt so verteilt. Bis. Ja, ne, keine Ahnung. Alles gut. Mach einfach weiter mit dem, was du machst. Ja, das ist aber nicht gut. Zur Not musst du die Luke finden. Ich gönn Leo den Sieg. Wenn er mich jetzt finden sollte, hab ich's verdient. Oh, Junge! Oh, ho, 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 ho. Was ist denn, der Video? Okay, also, das ist gut für mich. Das ist schön, David. Ja, weniger, eigentlich. Ah, ich bin dran. I'm a little bit confused now. Ich sage, ich hätte schon gern die Medi-Kid. Was hättest du? Medi-Kid. Medi-Kid kannst du auch noch Trudor ziehen. Oh Chris. Ja. Ich hab dich halt voll nicht gesehen, Leo, gerade eben. Ich war auch richtig weit weg. Okay, ich hab die Hedge gefunden. Aber Leo hat mich gefunden. Das ist super. Ich hab die Hedge gefunden. Aber ich hab dich nicht gefunden. Oh, äh. Wusste ich. Wusste ich. Doch, ich hatte dich gesehen, aber... Hedge hat mich jetzt abgelenkt. Leo war so fasziniert davon. Jo. Ein Metall-Fiel. Das ist hoch. Du kannst einfach durchschleichen. Und ich würde dich niemals sehen. Du würdest mich hören, Alter. Ich mach so viel Lärm. Stimmt, du bist ja voll am Bluten, oder? Beide voll am Freien, Junge. Nee, gar nix. Ja, die macht Bock. Die Spide werfen macht schon Laune. Ich glaub, ich will gleich einmal ne Runde die Nerds spielen, weil ich hab die Nerds noch nie gespielt. Ich werd das so reinscheißen. Oh, Lübel, Lübel. Oh, Lübel, Lübel. Oh, Lübel, Lübel. Okay, okay. Das ist ein bisschen tricky mit der Linken. Mal sehen. Ich hör das so weit an. Du arbeitest, ja? Äh, ne, ich, äh, rube mir grad einen im Busch. Hä, wer ist nicht runtergelaufen? Warum? Also, ich will jetzt der kein Miesepeter sein, aber ich sag mal so, es war David. Sicher. Heo, dann wird nix. Wurde du? Machst du, machst du, machst du? Ich hab kein Adrenalin. Darf ich fragen, wo ihr die ganze Zeit rumgespielt habt? Ach, come on. Da ist der Assertzahlen. Das hatte ich nicht geblendet? Oh shit, Alter. Der Leo weiß einfach schon die Mechanics, wie man den Blenden... ...deutschen kann. So, David, wie sieht's aus? Wo bist du? Ich bin bei einem Tor. Okay. Ich hab Spaß, Leo. Ah, fang auf. Hätten Sie Lust, Ihren Arsch zum anderen Tor zu bewegen? Ja. Okay, kündigen Sie sich bitte mindestens zwei Sekunden vorher an. Ja, Junge. Oh, Junge. Oh, Scheiße. Ah, ich hab wieder mit mir, der gelaufen ist. Ja, nochmal. Nee, ich bring ihn sogar zum Tor. Alter. Was ist das für ein Wigglen? Ich hab dich doch grad gesehen. Wo bist du, ne? Ich kann dich einfach melden. Dass ich dich nicht geblendet hab da grad eben bei der Falle. Dauern ein bisschen, aber du hättest noch eine Millisichtion länger draufhalten. Ich hätte noch eine Sekunde länger machen müssen, ne? Will ich nicht campen, aber ich weiß, dass Christian in der Nähe ist. Deshalb muss ich das tun. Deswegen musst du das tun. Ja, ich will mir was, wenn du gehst und mich suchst. Wie ein Mann. Ich such dich doch schon die ganze Zeit, aber ich weiß, dass du genau... Kein 20 Meter von dem weg bist. Das ist halt 50 Meter weit weg gewesen. Äh, ich... Ich gebe zu. Ich war weiter weg. Äh, Freund... Aha. Oh, Chris, lauf einfach kurz. Oh, lol. Ich... Ich weiß gerade gar nicht, ob ich reingedodged bin oder nicht. Keiner. Ah, ich dachte, damit hing schon mal. Und du morrist ihn. Ich wollte jetzt die Luke nehmen. Du greedy motherfucker. Ey, ich wollte dich ja noch holen. Oh, Junge. So, komm. Eine Runde noch. Ich will die Nerds spielen. Ist das okay? Du willst du spielen? Ich bin auch bei mehreren noch. Mir macht das voll Spaß zu hören. Oder spielst du? Oder spielt Leo die Nerds? Ich spiel die jetzt einmal und dann kannst du die noch mal zacken von mir aus. Äh, ja, okay. Du spielst die Nerds? Alles klar. Aber dann... Dann Leo, Lim, dir mal kurz Zeit. Und lies die Perkszeug. Okay, ein bisschen.